... aus der Schweiz, oder? Ja! Mann, wieso ist das jetzt so hell? Was ich euch erzählen wollte, als ich in den Angels war, gab es doch so ein paar Tage, wo ich halt ein bisschen da rein war. Klar war das Team auch dort, aber... Nee, und auch Häme, Freunde, alle sind so aus dem Buch. Es ist so schön und gut, aber manchmal gibt's halt einfach gar nicht. Viele sind schon alleine, wenn so, was macht man jetzt? Und in diesem Moment schreckt man halt die Sonne. Das ist aber auch gut, und aus diesen Gedanken wurden dann die Lonely Girls. Und ich will sagen, es bleibt mir in meiner Nase für euch ganz gut. ... 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